Guten Morgen, wir befördern euch rund um die Uhr das ganze Jahr, auch an den Feiertagen. Wenn Wind schläft, kontrollieren und reparieren wir die Gleise im ganzen Netz. Auch am Heiligabend und zu Silvester werden euch den Nachturbahn im Viertelstundentag bequem zu euren Liebsten und wieder heimführen. Über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahrdienst sind über die Feiertage für euch im Einsatz, um euch sicher nach Hause zu bringen. Ich und meine 120 Kollegen beim Sicherheitsdienst sorgen das ganze Jahr für ihre Sicherheit. Auch am Silvesterpfad. Das Herz der Öffis steht niemals still. Unser Team ist 365 Tage im Jahr für euch da. Während der Feiertage sind wir im sechstgrößten Straßenbahnnetz der Welt auf 28 BIM-Linien für euch unterwegs. Wir, das Serviceteam der Wiener Linien, stehen euch zur Verfügung in allen U-Bahn-Stationen sowie Fahrzeugen. Sprecht uns an, wenn ihr Hilfe braucht. Auch wir Lehrlinge wünschen schöne Feiertage. Schöne Weihnachten und eine gute Fahrt ins Jahr 2020. Schöne Weihnachten und ein froh und froh und froh und froh. Schöne Weihnachten und froh. Schöne Weihnachten und froh. Schöne Weihnachten und froh. Schöne Weihnachten und froh und froh. Untertitelung des ZDF, 2020